Yo Leute, ich bin Quentin von Gorilla und wir machen jetzt eine fette Kampagne zum Thema Bienen. Wir nennen es Meet the Bee Family und was euch da alles erwartet, das seht ihr jetzt. Dass sie nichts macht, aber ich merke schon immer näher, immer näher, ich so Junge, ich merke dann schon, wie sie so landet, zack, was könnte das wohl sein? Und zwar ist das eine Drohne, sie ernährt sich von dem Blut, aber richtig fies. Und so ein Geruch, so süßlich, pummeliger und hat ziemlich dicke Augen und stehen am Eingang wie die Securities, schon Sonnenbrand im Nacken. Liege aus dem Nichts auf einmal, bam, 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 wow, was ist hier los, was passiert hier? Und wenn die jetzt angreifen, dann ist bei den Bienen natürlich höchste Alarmstufe. Angriff, Bienenschiss, der ihr Motto ist, Käffchen. Andere Geschichte, in der Sonne halt abgehangen, am Flugloch, zack. Kommt zu mir und saugt die dann langsam aus. Aber wenn er dann kommt, kannst du ihn gar nicht sehen, weil dann ist er ja da. Die Frage ist jetzt, was war denn deren Aufgabe, was hatten die für eine Mission gehabt? Mich interessiert das jetzt mal, wie so ein Bienenvolk eigentlich zusammenlebt. Dann checkt mal unsere Serie aus zum Thema Meet the Bee Family, weil da geht's richtig ab. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.